Oooooooohaah! Alle gesuchten, schreien ein Video auf dem Kanal von Armin, meine Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ihr habt mich vermisst. Ich hab's mitbekommen. Und hier bin ich wieder da. Gah! Und Leute, heute besuche ich mal meine Freunde ein kleinem so Lustig. Ich hab mitbekommen. Die wollen irgendwas am Würfelpack spielen. Und deswegen will ich mal mitspielen, Leute. Immer machen die alle es da mit Max, Amiel und Lucy zusammen. Wird mal Zeit, dass Dwarnaug dabei ist. Gah! Deswegen lasst gerne ein Like. Euer Abo da, wenn ihr mich vermisst habt und mehr Turm wiedersehen wollt. Aber ich würd sagen, wir fallen als erstes Mal zu den Jungs, Lieber! So, wir sind jetzt fast da. Oh! Jungs, was geht ab? Was geht, Tua? Ey, Tua! Was ist im Magen hier? Äh, wir wollten Polizei-Dieb spielen. Oh, oh, wie geht denn das? Ich will mitspielen. Ja, man muss die Autos hier klauen. Dann da hinten und da hinten und derjenige. Rosic wollte gerade der Dieb sein und ich bin Polizei. Wenn du willst, kannst du mitmachen, Tua. Du kannst auch der Dieb sein und wir sind beide Polizei. Wenn du es mal ausprobieren willst, Autos zu klauen. Ja, ja, genau. Also ich muss die Autos klauen. Du kannst dann verschiedene Verstecke machen und so. Genau. Und wir müssen versuchen, dich zu stoppen und wir dürfen nur Pistole benutzen. Ah, und ihr seid wie Polizist und ich muss zaffen, obwohl ihr Polizist ein Auto zu klauen, ha? Ja? Genau, genau. Ah, ich hab was dann denn. Okay. Ja, gut. Wir können anfangen. Aber du kannst dich auch tarnen davor, verstecken. Ja, ja. Oh, Verstehle! Ja! Okay, Jungs! Gut. Leute, die fahren los. Ja, gut. Was soll ich denn machen? Ich hab eine Idee. So, Leute. Wir haben uns, glaube ich, jetzt versteckt. Ich hab mich einfach hingesetzt. Die würden ein bisschen niemals denken, dass ich mich einfach hinsetze. Ich muss ja verhandeln wie eigene Polizistin. So, warte mal. Oh, da hinten ist es einer. So, mal gucken, ob ich irgendwas Verdächtiges hier sehe. Hä? Hä? Da rennt jemand los. Ich glaub, das ist Touren. Ich glaub. Ich glaub, er will einsteigen. Ah! Wett damit, wett damit, wett damit. Hä? Warum tritt der sein Auto? Hä? Äh. Touren, du musst du... Du musst das Auto klauen. Wie? Der ist weg. Hä? Ey, er ist hier einfach hingeflogen. Warte, warte. Ich schieß Platten. Ich schieß Platten. Er kann nicht abbauen. Sehr gut, sehr gut. Hä? Okay, wir haben ihn gestoppt. Wir haben ihn gestoppt. So, Auto hat Platten. Er kann niemals abhauen. Hä? Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Ich seh ihn nicht. Ich bin hier. Hauptsache, er kann das Auto nicht wegnehmen. Ich hab eine Idee. Warte mal. Ein Leben weniger. Äh. 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 Heute ist er das Auto zerstört. locals. Äh, er hat das Auto... Das macht doch gar keinen Spaß. Der fliegt der mit dem Auto durch die Gegend. Egal, wir machen das mit der Arbeit später. Alles gut. Wie? Hab ich das nicht ver... Hab ich das Auto geklaut? Ja, hast du gut gemacht. Rosse, lass es später einfach machen. Erinnere mich mit, Max. Ah ja, ja, durchkommen. Alles gut gemacht, das ist ein andermal. Okay. Leute. Hm. Hab das Spiel irgendwie keinen Sinn ergeben. Na, egal. Aber egal, Leute. Vielleicht machen wir mit den Jungs eine andere Challenge. Hm, überleg. Warte mal, wir gucken mal ganz drauf, den YouTube-Plan. Oh, Leute, guck mal hier. Oh, lustig, wir heute eine Bank auslauben. Nee, 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 nee. Als Spielformat. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe lieber zur Bank. Und dann, wir machen das mit Lustig zusammen, ja? Vielleicht bin ich ja schnell halt lustig. Und wir laufen zusammen bei Haus. Let's go. Okay, okay, Leute, wir gucken mal ganz kurz. Oh, das ist ja lustig. Lustig! Äh, was geht ab, Turan? Hey! Ich wollte gerade... Ich habe gerade Format laufen. Ich muss die Bank innerhalb von zwei Minuten ausrauben. Ja, komm, ich will mitmachen. Komm, wir gehen leiden. Let's go! Aber was... Überfall! Gebt mir alle euer Geld! Aber... Let's go! Jetzt mal Spullen! Ähm, Turan? Ja, oh, oh. Warte, ich habe mein Bankkonto geöffnet. Oh, perfekt damit hier. So, komm. Let's go! Komm, komm, wir müssen nein, wir müssen nein. Aber warte mal, Turan! Nein, 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 wir haben keine Zeit, wir haben nur zwei Minuten Zeit! Aber, aber, Turan... So, wir machen hier alles auf. Was mit euch, hä? Was mit euch? So, alle erledigt, los, ihr kommt still unter! Turan, aber warte mal! Was denn? Äh, die Challenge war eigentlich mit nur einer Pistole. Und nicht mit Feuer und Blicken und Superfähigkeiten und... Ja, warte, guck mal, mit Faust darf ich macken! Ich schieße nicht ab! Baaaaaam! Aber... So, guck, habt ihr geschafft, oder? Äh... So, wir macken kurz die Tür auf. Und... So, Lusik, bin fertig! Ähm... War das 45 Sekunden? Ach, Turan, alles gut, ja, du hast den Rekord gebrochen! Wow! Der Lusik wirkt ein bisschen klaunig. Lusik! Ja? Warte doch mal! Ja, was denn? Hattest du keinen Spaß gehabt? Wir haben nur gesagt! Ja, aber ich wollte eine Challenge machen mit der Pistole, so... Damit ich wirklich jeden Schuss präzise treffe und alles... Egal, so geht's auch. Vielleicht können wir was anderes zusammen machen, andere Format? Wie wär's mit deinem Boxkampf-Format? Naja, gegen dich nicht, vielleicht... Eigentlich könnte man ein Ding-Format machen, so Treppe oder sowas gegen dich. Oh, gute Idee, gute Idee! Luf, Max, wir machen jetzt Treppe, ja? Ja, okay. Okay, Leute, wir gehen jetzt lieber und machen eine coole Treppe! Oh, ich muss andere Lichtung raus, Leute, das verdeckt alles hier. Oh, ein bisschen geblattet hier. Ab zur Treppe! So, Leute, wir gehen lieber hier so das Treppe-Experiment stattfinden. Oh, was geht ab, Jungs? Ey, Touren, yo! Ich hab gehört, wie ist die Leute hier dann auf mein Auto holen, ha? Ja, genau. Aber ich sag ehrlich, Touren, mit deinem Toulouse, da hast du keine Chance, weil ich hab ein Sprung-Auto! Oh, lustig, Motorrad, aber das ist doch viel zu hoch von Motorrad. Ja, aber ich kann gut Willy ziehen und dann werde ich an den Hürden vorbeispielen. Okay, wer fangt an? Rustig, fang du einfach mal an. Okay, Leute, wir gucken lustig zu. Okay, guck. Oh, Leute, der Sampegut. Boah, guck mal, wie er springt da schon, ey. Echt gut. Hä, Alter, ist der Unfeld, das ist der Willy! Ja, Willy! Willy Bonke! Oh, lustig, saffend sehr weit. Okay, ja gut. Max, bist du jetzt klar? Alter, richtig gut. Ja, ja, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Aber ich werde easy weiterkommen mit meiner Sprung-Funktion. Oh, man darf also Funktionen von den ganzen Fahrzeugen benutzen? Ja, ja, klar, klar. Ah, ich wusste das nicht. Ach so. So, guck mal, hier, zack, hier schon mal der erste Jumper. Oh, Leute, guck mal, wie stark Max ist, Leute. Oh, mein Gott. Zack, nächster Jumper. Wow! In kleine Welt. Ich sag ehrlich, ich sag ehrlich, Touren, ich glaub, mit deinem Toulouse hast du hier nicht das Beste. Auto genommen. Ja, gut. Ja, gut, wisst ihr was, Jungs? Ich fahr einfach mal los, ja? Ja, dann fahr mal, fahr mal. So, Leute. Oh, gut. Okay, man darf die Funktion von Autos benutzen, liest ich? Ja, ja, klar, klar, hab ich doch gesagt. Ja, okay. La, 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 la. Wie hoch muss ich kommen? Guck mal, Leute, wie hoch ich gekommen bin. Hey, was macht der da? Touren, Helden, Filsio. Fils verboten. Ja, ob du, sag mal, da Funktionen benutzen. Hey. Hä? Ohne Fliegen. Du hast voll das OP-Auto. Das zählt nicht. Guck mal, wie ich hier hochkämpfen muss. Das macht doch gar keinen Sinn, über Treppen zu fliegen. Aber ich hab doch geflaggt. Das ist wie über Treppen zu springen. Man muss auch Treppe steigen. Ja, aber du kannst ja einfach überall hochfliegen. Ja, guck mal, Jungs, ich hab jetzt gesauft. Let's go, ich hab' gefunden. Ja, super, Touren, cool. War voll die Challenge gegen dich, ja. Ja, fliegen ist gut. Oh, Max, ich bin genau so hoch wie du, wenn ich's nicht gekommen bin. Alter, du kommst... Oh mein Gott, ne? Boah, ich hab noch eins geschafft. Ja, boah, ihr könnt mal. Ich versuch jetzt auch noch mal. Alter, lass uns wirklich Treppen fahren. Wuhu! Wieso haben die Spaß aber nicht, wenn ich was gemacht habe? Oh mein Gott, das war richtig... Boah, ich hab auch noch geschafft, Russik. Jungs, guck mal, ich bin ganz oben. Äh, cool, cool, Touren. Stark. Oh nein, hier komm ich nicht mehr weiter, Russik. Ich glaub ich auch nicht, Bro. Ja, dann ist halt... Oh, was, ich bin fast... Oh nein, unentschieden. Ja, unentschieden, naja, Touren hat gewonnen. Ich fahr weg. Na, alles gut. Ja, mach gut, tschüss. Oh, Leute, keine Ahnung. Ich glaub, die haben keine Lust gehabt, mit mir zu spielen. Ich glaub, ich geh mal... Ich fahr zu denen nach Hause und entschuldige mich für das. Ich weiß nicht, was ich genau falsch gemacht hab, aber ich geh mich dafür entschuldigen, Leute. Ihr wisst ja, Gewinn macht mir nicht so viel Spaß. Wisst ihr, dass ich fahr meine Freunde ab, Leute? Let's go! Okay, Leute, ich bin gerade auf dem Weg jetzt. Guck mal, zu Max im Haus. Ich glaub, ich geh oben auf Dack erstmal, Leute. Ich werd nicht überlassen, dass ich da bin. Vielleicht will man einfach einen zu den Gliedtag, Leute. Musst nicht immer nur Challenges machen und so. So, wir werden jetzt live einmal so wieder lausholen. So. Okay, wir parken einmal hier. Okay, wo sind die kleinen Polbörns? So, wir gucken mal ganz kurz uns hier um. Oh, da unten ist Dindidock, Leute. Weil, was gehen die da? Ey, Rostig, ich sag dir ehrlich, Amir muss endlich wieder kommen. So können wir nicht aufnehmen. Ja, Bro, das geht nicht. Das ist voll cheating. Guck mal, dein Auto. Und das hat sogar Ruhe verloren. Alter, das ist... Digger, ich mein, ich mag ja Touren wirklich persönlich, aber es macht halt keinen Sinn, so Videos aufzunehmen. Guck mal, Bro, das kannst du in die Tonne klopfen. Das Auto ist komplett weg. Ja, Auto ist auch kaputt. Ich meine, es ist bei jeder Challenge einfach viel zu stark. Ist ja keine Challenge für die Leute. Wir machen irgendwas, der zerstört uns einfach. Wir machen uns einen Army an und dann machen wir eine neue Challenge. Alles gut. Ja, wir müssen die Videos heute noch mal machen, mit Army am besten. Okay, Leute. Ja, und ab, Leute. Oh, ich glaub, ich glaub, der Tag ist gekommen. Das hat mein Papa mir früher gesagt. Mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Und Leute, die hab ich nicht geschafft. Meine Freunde haben keine Lust, wenn ich mir irgendwas zu spiele. Ich glaub, meine Freunde, ich bin so OP. So macht das kein Sinn mehr, hier als Torn zu sein. Ich würd meine Kläfte eintosten, wenn ich nochmal einen normalen Tag mit meinen Freunden machen würde. Aber so macht keinen Sinn. Wisst ihr was, ich mach das, was ein Torn immer machen würde. Alleine. Ah, Leute. Machen wir halt das, was ein Torn macht. Ja, Polizist. Torn, was machst du hier? Ja, ich mach das, was ein Torn immer machen sollte. Ja, gute Nacht. Ah! Ah! Oh, jetzt kommen wieder fünf Sterne. Mein Baby ist meine Freunde. Oh, super. Polizei da. Oh, nein. Torn ist so stark. Jeder will mit Torn abhängen. Nein, in Wirklichkeit will keiner mit Torn abhängen. So, oh. Was hast du da? Ja, mal. So, ups. Oh, Entschuldigung. Oh, da ist ein Helikopter, Leute. Wie gefährlich. Oh, nein. So, wir fliegen zu dem Helikopter. Bleib mal stehen hier, du. So, hab ich Helikopter gesnappt. Oh, nein. So, OP. Nein, da. Mann. Ja, ich bin OP. Da und ich will Leute im Spaß haben, wie mein Freund, der hier verdammte Polizei. So, kommt alle her. Ich mach euch platt. Ich mach die Stadt kaputt. Weil ich nur die Stadt überleben lassen. Komm her, hier. Ich mach euch kaputt. So, bam. So, komm her. Du bleib bestehend. Komm mal, Helikopter will abhauen von mir, Leute. So, habt dich. Ach, Leute. Ich sag euch ehrlich. Das ist lieber als Twan. Ich weiß, es bleibt alle weggehen wie Twan, Leute. Aber sehr einsam. Willst du uns mal bitte wieder runter, Twan? Ja, ja, ich lass euch runter. So, das ist. Verdammte, ich kasse euch alle. Nein, Leute. Was bringt das denn noch? Ja, guck mal, ich geh jetzt hier rüber. Wisst ihr was, Leute? Ich glaub, es wird Zeit, sich zu verabschiedeln. Was geht hier all? Wenn meine Freunde mir nicht haben wollen, mag das keinen Sinn. So, Leute. Ich werd, glaub ich, jetzt Absichtsgesenke machen für meine Freunde. Und überleg, ja, Leute. Ich werde lustig mein Geld senken. Köh, köh, köh. Oh, Freunde. Guck mal hier. Ich hab lustig ein bisschen Geld da gelassen, damit er gut über sein Leben durchkommt. Und, oh, warte, Leute. Ich spür, dass Lustig kommt. Wir gehen ganz gut auf seinen Dack hier. Oh, wir versenken uns auf seinen Dack. Wo kommt der Junge jetzt? Ich spür, dass er gleich kommen wird, meine Freunde, deswegen. Oh, dahinter ist der. Er sieht das Geld, Leute. Wir hören mal ganz kurz zu. Ja, was geht hier ab? Hä? Hallo? Hallo? Ist das ein Prank? Wer ist der? Hallo? Hallo? Leute, das Geld, ihr denkt, das wäre ein Plank, aber es ist alles sein Geld. Mal gucken, ob ihr den Brief findet. Dort steht hin, Leute, dass das Geld wegen gesenkt ist, und er bitte auf sich aufpassen soll. Gezeiht den Tuan. Ja, was ist das hier für ein Brief? Hä? Jetzt ist er nicht los. Ich fliege weg, Leute. Jetzt ist er nämlich endlich los. So, wir fliegen weg. Wir sind weggeflogen, Leute. Aber es wird ja Zeit, uns auch bei unserem besten Freund zu verabziehen. Aber ich kann ihm nicht ins Auge sehen, meine Freunde. Ich glaube, ich werde den Opetolus dorthin jetzt stellen. Okay, Freunde. Wir fahren hier einmal zu Maxlein. Nein, natürlich, ich bin ja eingelegtes Gehlein. Ich werde Max vermissen, meine Freunde. Keiner will mit mir mehr spielen. So. Wir tun den Brief hier dran. Max werde ich meine ganze Mafia, Leute. Alle meine Immobilien. Und mein OP-Auto. Und... Als letztes Mal, ich werde... ...den Glied kaputt machen. Warte, Leute. Ich spüre, dass Max kommt. Wir müssen wieder hoch auf sein Dach gehen, Leute. Ja. Ich kann ihm nicht ins Auge sehen. Ich bin mal gespannt, wie er auf Leagilung machen wird. Ja, Leute, da hinten kommt. Eikli, Max. Weißt du, ich bin jetzt gleich mit dir, Max. Hä? Thuan? Thuan ist hier? Hä? Thuan, wo bist du? Warum steht sein Auto hier in meiner Einfahrt? Hallo, Thuan? Thuan, komm raus! Dass ich eben alles vermackt habe. Hä? Ich sehe hier gar nicht durch. Hä? Das ist übel komisch. Thuan ist nirgendwo hier. Hä? Warte mal. Hier klebt ja ein Brief hier vorne dran. Äh. Warte mal. Wir gucken da mal rein, Leute. Hä? Was ist das? Abschiedsbrief. Hä? Die kann ich zuhören. Lieber... Lieber I-Cry-Max. Nein, Leute. Ich muss wegfliegen. Ich kann nicht das zuhören. Ich bin weg. Leute, ich kann nicht das machen. Ich bin weg. Ich kann das... Ja, was soll ich machen, Freunde? Was soll ich machen? Ich glaube, ich bin besser, wenn ich nicht da bin. Und die armen Jungs, die können gar keine Videos mehr aufnehmen. Die können keinen Spaß mehr haben, solange ich hier bin. Vielleicht sollte ich wirklich komplett für immer verschwinden. Aber dafür, wir werden uns einpacken. Ein bisschen von unserem Tempel ein paar Hämtermusik mitholen, Freunde. Und dann machen wir uns, Lendi, um von GTA abzuhauen. Let's go. Okay, Freunde. Wir haben jetzt hier unser Koffer, Lendi, gemacht. Den werden wir jetzt anklassen. Wir werden rübergehen. Oh. Hä? Oh. So, Russik, bau hier die Barrikade auf. Du darfst nicht abhauen, Tuan. Du darfst nicht weggehen, Tuan. Leute, warum? Warum macht ihr mir das? Ich hau ab einfach. Ich habe mir doch alles da. Nein, Tuan. Hör auf, umzuspinnen. Ja, Leute, habt ihr nicht gemerkt? Ich habe ihn, ich habe ihn, einsteigen, einsteigen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir erklären dir alles auf dem Weg. Komm, 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 schnell rein, schnell rein, schnell rein. Nein. Es macht doch gar keinen Sinn, Jungs. Ich bin viel zu OP vor euch. Wir können keine normalen Sacken zusammen machen. Okay, jetzt wollen wir los, wollen los. Wir wollen los. Okay, okay, okay. Es gibt mir doch keinen Sinn. Hör mir jetzt mal genau zutun. Wir haben zwar vielleicht gesagt, dass man mit dir jetzt nicht so gut Challenges aufnehmen kann, aber das heißt doch nicht, dass wir irgendwas gegen dich haben. Du bist mein bester Freund, das ist richtig cool mit dir alles. Ja, du bist jetzt zu krass, Mann. Wir mögen dich halt, wir mögen dich total. Es liegt einfach nur daran, man muss auf YouTube die Videos sehr spannend für die Leute machen. Und wenn du halt nach der ersten Minute schon alles zerstörst, dann ist das ja total unspannend für die Leute. Weil die wissen ja eh dann, wie es ausgeht. Aber wie kann ich gut auf Leute sein, weil ich auch bei YouTube nicht helfen kann? Ja, du musst doch nicht. Du musst uns nicht helfen bei YouTube. Oh. Oder du hilfst bei anderen Sachen einfach. Jungs, wir müssen uns alle ein Bananaboot schnappen. Warum denn? Was habt ihr vor mit mir? Da gibt keine Fragen, Tour. Na gut, Leute, dann gehen wir Bananaboot. Aber Jungs, ich weiß nicht, vielleicht haut Klotz immer ab. Ja, ich wollte nichts an der Bananaboot. Nein, du haust nicht ab, warte mal. Was haben die Jungs vorbeleitet, Freunde? Ich weiß nicht, aber ich gucke mal an. Wir fahren mal kurz hinterher, Freunde. Leute, was ist denn jetzt hier los bei der Jagd? Ja, guck doch einfach mal. Guck dich doch mal um hier, Tour. Äh, ja, okay. Guck mal, wir haben eine riesige Party für dich gemacht. Hä? Ihr habt eine Überlassungsparty für mich gemacht? Ja, natürlich. Also, Jungs, das heißt, ihr mögt mich trotzdem als Freund, obwohl ich so OP bin? Ja, klar. Tour, wir lieben dich genauso, wie du bist. Oh, okay. Wisst ihr was, Jungs? Ja. Warte mal. Warte mal. Aus dem Weg geht es mal Spolen! Ja! Juppa! Jungs, ich danke euch. Ich werde die ganze SIF versenken. Let's go! Arme runter vorm Schiff. Oh, Leute, ich muss ehrlich sagen, wartet mal, wir fliegen ganz kurz. Hoppala, wir fliegen mal ganz kurz hier hoch. Let's go! Die Jungs haben mir extra vorbehalten, SIF zu versenken. Oh, die wollen wir SIF versenken spielen, Leute. Wie nett von denen. Ah, ich muss ehrlich sagen, ganz kurz, Leute, wir müssen hier ganz kurz hier landen. Ah, ich muss sagen, Leute, meine Freunde sind die Besten. Ich bleib hier in GTA. Wisst ihr was? Was die haben lässt. Man muss Bunten für die Typ machen und... Ey, so ist das, so bin ich en galt, du Bär, aber so kann ich auf meine Freunde aufpassen. Ääh, 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 ääh. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr auch's dann mögt, ja? Wenn ihr mich mögt, lasst dir ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.